Ja, hi Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Riders of Icarus. Aber Icarus möchte nicht. Ihr seht es auf dem Pölschchen. Und ja, deshalb breche ich jetzt einfach das Let's Play mal wieder ab. Es möchte nicht, also dann will es nicht, dann lass mich am Arsch legen. Ich werde nächste Woche mit einem neuen Let's Play anfangen. Mal schauen, wie das läuft, ob das aufgenommen werden möchte oder eben doch nicht. Und ja, wir werden es sehen. Bis dann. Tschüss.